Musik Das neue HZ Logistikzentrum, errichtet in nur sieben Monaten Bauzeit, betriebsbereit innerhalb von 13 Monaten nach Spatenstich. Von nun an befindet sich alles unter einem Dach. Neue Hard- und Software sowie ein völlig neu strukturierter Workflow ermöglichen noch effizientere Abläufe und eine noch schnellere Auftragsabwicklung für unsere Kunden. Mehr Raum für mehr Leistung. Das neue HZ Logistikzentrum, Big Ball Voice ist klasse. Seit ich meine Aufträge über Kopfhörer bekomme, habe ich meine Hände frei. Und das geht alles viel schneller. Sogar mein Mann will das zu Hause einführen. Mehr Raum für mehr Leistung. Das neue HZ Logistikzentrum. Mehr als 10.000 Quadratmeter Lagerfläche. Mehr als 45.000 Kilometer Fahrweg im Lager. Mit meinem Stapler fahre ich jedes Jahr in diesem Lager einmal um die Welt. Mehr Raum für mehr Leistung. Das neue HZ Logistikzentrum. Unser Commissioner. Das hochautomatisierte Pufferlager ist das Herzstück unseres neuen Logistikkonzeptes. Er ist direkt mit SAP gekoppelt. Mit einer Kapazität von 1200 Kisten kann er 300 Doppelspiele pro Stunde, also parallele Ein- und Auslagerungen leisten. Die Kisten eines Auftrages werden erst dann an den Packplatz gebracht, wenn alles vollständig ist. Dadurch entfallen unnötige Suchaufwände. Mehr Raum für mehr Leistung. Das hat einen Untertitelung. BR 2018 Das neue HZ Logistikzentrum. Pro Tag verlassen ca. 40.000 verschiedene Teile mit einem Gesamtgewicht von ca. 20 Tonnen das HZ Logistikzentrum. Bei Bestellungen vor 14 Uhr noch am gleichen Tag. Weltweit in über 100 Länder. Morgen auch zu Ihnen. Mehr Raum für mehr Leistung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018